Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal ohne Nähmaschine. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr eure Nähstücke, in meinem Fall hier, eine abgecycelte Jeans in Form eines Flaschenhalters ein bisschen aufhübschen könnt und zwar mit Bügelapplikationen. Hier habe ich eine kleine Auswahl an Bügelapplikationen, die könnt ihr bei Amazon bestellen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Infobox. Viel Spaß beim Nachmachen. Ihr benötigt natürlich euer Nähstück, wo die Applikation drauf gebügelt werden soll, eine Schere zum Ausschneiden und ein Bügeleisen und natürlich hier euer Bügelbild. Ich stelle euch das unten in die Infobox mal ein, wo ihr da welche bekommen könnt und dann sucht ihr euch einfach das Bild aus, schneidet das aus. Das mache ich jetzt gleich mal. Ich habe mich jetzt hier für diese kleine Giraffe entschieden. Den möchte ich hier auf meinen Flaschenhalter aufnähen. Den habe ich aus einer alten Jeans genäht. Kann ich euch gern auch das Video nochmal in der Infobox verlinken. Ich lege mir einfach die Giraffe auf im Folienstück und bügele hier einmal überall fest drüber. Wirklich alles ausbügeln. Circa 10 bis 15 Sekunden auf der heißesten Stufe. Dann lasse ich das kurz ein bisschen auskühlen, bevor ich dann die Folie abziehe. Und schon ist mein Flaschenhalter verziert mit einem Bügelbild. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachmachen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal!